Hallo ihr Wuren, mein Gehirn und ich werde für einen Fall keine Rechte was von ihr was dafür gibt es noch nicht denn nicht der Kliniker und in der anderen ich habe vier die erste wurden zu zweitzeiten nun alle leckten wenn ihr neuer ich glaube er hat gebraucht die Gäste habe ich schon gefunden also über die von Armin dazu zählen ich hab sie in 20 Jahren hat die Kassel von allen gefunden ja aber ich hab wieder viel gefunden dort feiert werden an zwei Jahren ja von der Mann ein Charming entstand den Kälte ich hab schon ich wollte nur gut also zu einem Schocker kennen wir da bis nach Schocker kennen nicht mehr so offen es war auf dem Land Projekt das gute Eis jetzt benutzt fackelt da sind die erste meine weil das und ich weiß nicht mal wieder hin gekommen ist ich auch nicht mehr 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 im Land gespringt und er hat sich viel mehr ja alles mit einem Prozess alter wie hell hast du das und er hat die erst genau die Gönne draußen siehst du gar nichts mehr das muss dann wieder ändern aber wenn leider kommt dann kann sein dass seine augen verbrennen erkennt das schon ja was ist das für eine fette höhle ganz nur kurz werk man platzieren ich finde nur eine oder zwei 3 ich habe ich schieben worden als wer will ja ja schon nachgebaut meinen ja auch mehr schaden also schwer nachts noch mehr damit am anfang zu richtig nervig aufnahmen hier hast du mir zu geworfen habe ich jetzt viel die ausgebildet vor allem in der stelle ist gar nicht wie ein lecker da im Monat die Möhrer Wende um eine Höhle habe ich gemischt eine ist eine Miliehöhle Scheißdorf mit dem Ehlers kurz eine Scheiße aus Maragd der erste ich habe 19 dann bist du eine mountain biome ja mountain biome gibt sie was denn was denn ich habe sie nicht überall ich habe 19 deswegen fand ich die immer übelst selten nur mountain microsoft das gibt es immer jetzt seit microsoft damals waren die diamanten genau das weiß ich nicht gebracht weil sie nichts daraus machen wollen das früher ja jetzt kannst du richtig viel daraus machen oder was ja das hat zumindest mit willigern gut reden ja und die kriegst auch einfach in den städt gefahren ist ja das stimmt so bin ich gar nicht an ihm brauchst du immer die kohlequellen komplett ab nein ich habe gar gesehen hier war ein riesiges loch ja das war ein vormittes vormittreißen er ist auch nicht los aber komplett gelogen heilig oder nur noch vor allem ich hoffe geht irgendwann mal schieben und auch hier einfach ja das kann der unterschiedliche verklagen was machen in die ganze zeit ein kräftiger von der flogge einfach durchdaten war eine brutie die erläuft in die rei einiges wenn es passiert bitte dinge in den momenten auch noch er ist ein wenig vorher noch hin und platz über lauer das war das für eine scheiß trip gerade kam ja von oben hey wieviel es mit ms 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 erst mal ein der freundlich also ich habe neunzehn war für kurze Zeit nur drin ja ich hab die ganze zeit mehr für die Silberfische ey bereucht ihr mich auch mal ruhe dass ihr dreckscreeper weeper und amin was findest du besser dringend oder das hier das hier ich weiß nicht dringend weil das komplett geleckt hat ja ja das war garante naja ja dir geht's auch gesagt ah das heißt auch ah das wird einfach die instruktgeburt von österreichern jünger mal endet als kommend vor ja dann wird halt ein kind weg von der reisende deswegen ja amin wenn du die vor deine füße hör auf zu passen ich muss sie dann später einsammeln naja du denkst kann mir auch wenn ich nicht schlauer als du barter der Kaffee da war eine Reise text ganz einfach Lenni weggebaut haben hat er ganze Klinz ohnehin platziert oder und die Uhr wieder erhältlich alles ist das Akku ein Armin von ihm das Mählich ja wie er war es mit dir als er mir hatte ich von mir auf die Vorhinein der Scheiße wir haben uns weggebrochen haben das ist scheiße für das und ich finde das was Lenni das war ein Wiener und wenn nicht aber ich weiß nur dass einer übelst du mal war dann war es aber wahrscheinlich Lenni und du kannst es so tun oder hier hat das umdreht nicht nur ich bin ja noch mal ein Schwerer Kohlabde war dann aber das klingt nach Lenni durch ein Brot zu essen erländer keine Ahnung was machen wir dann das ist der in der Nähe oder wollen wir uns dann einfach straight nachschauen richtig aus Versehen hinterher weil ich dich retten will wir können uns auch geraten auf das machen wir dürfen nichts anderes machen und da ist dann auch hier in den tag ja als ich sollen wie das trip mein ich finde nichts mehr ja immer noch die der scheiß lehrzeichen zwischen der sieben und im kill er war nicht los falls ich finde auch nicht so ja ja sind gerade alle nichts mehr kann der ersten Morgen die und keine die es gibt ich habe meine meisten gefunden ich habe gerade ein weiterkohle idea gefunden ich sehe jetzt hast du andere ist es ich habe einfach Angst dass er eigentlich ganz viel Tiers was ist um die Uhr er war er hat mich daran und in der Bibel zu gewöhnt hoch gesagt wenn er es bei Lava alle gucken wenn wir uns haben auch nicht bin gar bei seinem Scheiß Alter da brauche ich mich drum heißt das Lenny ah ja man erkennt mich nur in der Explosion ne ich habe einen Namen gesehen ich bin von dir oh ich habe einen Spawner Leute ach halt da jetzt sehe ich nicht aber ich baue den Spawner aus Fleisch und Blut hinter dir Lenny ausgebaut der reichnet wird die Güter sind die in den in den in den Armin Helfer ohne TPM bitte und selbst der aber er wird voll ein reißen Schwer von den Zombies ein von einem ich hätte eine von anderen machen lassen er hätte ich mir aber wenn du darfst nicht zu viel schlagen muss haben ist der Schlag aufgeladen ist du mal Idiot er stimmt jetzt noch jeder macht die ganze Zeit null wenn er dann wird er heißt es bitte kurz bitte bitte die Mikros an der Ende der Kör was solltet euch sein ich habe einmal ich habe mich einmal auf den Bremsen ich werde ich nicht gehen ich habe ein Jahr und ich wollte nicht definieren Lohmann er hat das war ein paar Waren gewöhnt haben wir in einem Gegner in einem gewöhnlichen Schwer du hast ein steigere Bucke von 50 eisen und schlägst er vor allem in der alten ich hab meine 23 dann werfe ich weg so lächerlich ihren mann auf jeden fall hast doch gehört ja natürlich ich war nur im gespräch mit wenn sie ja aber lenny juckt auch kein das stimmt aber es wird zum zwang es geht nicht mehr anders warum jetzt immer zu zombies weil dann die richtung hier wo gehst du hin ich dachte es tut mein was soll ja stimmt der macht perfekt ja das viele in der seite sind ja mal ein bisschen gunpowder für lenny die erlaubt ist da bis jetzt ein ballon jetzt und das glaube an der schwarze und gibt mir ja das blut geklaut was sie in den armin alle immer eine leute aber players er gibt es ja du kleiner wichser was das für eine er wollte seine portion der prozent gibt mal kurz ich will mir es nur kurz angucken nur kurz ich gebe dir drei federn das kann ich einmal kurz testen und dann gibt es wieder das testen die funktioniert du trinkst das wird zu irgendeinem random spieler benutzt ja was passiert das ist ein schöner einer der explodiert ich bin immer nur zu neuner quer so komisches glück also findet er nur so ein sei die hast ja sind die geist ich habe sogar noch es gibt noch op äpfel oder die kann man nicht der ich habe ich halbe mein kopf ist endlich mal schafft dass das wasser nicht verpackt ist du bist nicht mehr und mit siegbar bei nun und mir hat sie hinter gold oder keine quelle memo hat glaube ich habe ihn was machst du ein weiter nach hinten ganz vergessen ich habe irgendwo schon nach unten gebaut ich habe ich habe auch meine warum warst du nicht in den seiten du hast du dir hier kann ich aber nicht bauen weil hier kann ich tun aber ist es dann findet er mehr und behält mehr ja ich habe immer nur glück so hätte ich das nicht gesagt das ist jetzt nämlich geworden er sagt sogar zu lava warte 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 ich hab mal einmal mein eimer an kann mal auffüllen damit ja mit lava aufhören aber kannst du gerne hier machen moment mit mit er wird ein wasser clown ach so ja hier kommt gemeldlich hast du es mal wie die von basti gg gesehen dieses 1 sekunden neuer block ja man kann das an dem manchen mann nicht um nicht gemacht heißt es ist weiter da habe ich erwähnt ja man ja auch das stand ich das ist in der europäischen der woher der reiben oder übel verkackt also für welcher wasser in die ecke vornehmen denn es ist daher hingeworfen ich habe eine reine holter macht man nachfahren kostet ihn der flasche genau und gehen wer ist nicht mehr nicht mehr eigentlich der clip ja eben deswegen warum bist du die ganze zeit vorausgewicht ich war jetzt eisen abnehmen durch auch noch eisen kann man immer gebrauchen außer wenn ich nutzlos wird eisen reisen und sich mal mit eisen wegwerfen mache erschienen das hat ein die laba was ich meine eisenrüstung wirklich Prozent nein durch nicht ich baue es immer noch auf so gut so ich schätze Kärchen bei der Kabel mit Katzen Stein machen ich kann was recht von mir und auch einfach immer jetzt haben wir übelst viel später das wenn wir jetzt auch machen für Lenny Space in Kombination mit Gunpowder nicht mit TNT dann ist ja alles gut ja jetzt in Gunpowder dann Red Sohn ja hier ist hier ist ich hörst doch du Hurensohn das hier haben ihn brauchst sogar Kies ab auch die es hören hier hinter komm ein mal wird sein enttäuscht mich doch nicht nein da gönn ich sie sogar da geht die Höhle weiter der ganzen Tag sagt aber danke dass das gesagt ich habe dich doch gesagt wie die Kies abbaust oder nein gesagt oder nicht so ich habe ja gesagt Kasse Höhle leider auf die Scheiße hat kein Bock dann helfe ich dir mal der Tunde ist einer kann jetzt weiterbauen kann es weiterbauen kann es weiterbauen kann es gleich noch mal ein bisschen geholfen immer eine gute Idee mit Holz überladen was ihr noch nicht wusste dass bei ähm immer die ja sind weil wenn wir jetzt gleichzeitig sehen können sie mir du hast die ganzen die hast die ganze Zeit bekommen danke ich finde machen wir wieder Lava weg ja die ist also eine Gartel so ein scheiß Hurensohn nein ich habe gesagt Hälfte bei jedem den er findet wie viel hast du gestillt ich habe nur zwei bekommen das waren vier ich habe zwei Stück ja mach dir eine Hälfte Hälfte weil eigentlich war der Komma mit ich zeigte mal was ich gemacht habe dafür bin ich zu gehalten ich habe vier gebaut so da war und wie viele die es habt ihr alle einzeln soja 29 ok als 6 du ja 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 33 Lendie hat aber auch zwei Stunden oder so früher äh später mit dem Fahrrad angefangen ist das ist so unverdient eigentlich und er war der erste der Dias gefunden hat ich habe seit einer halben Stunde keine mehr was machst du denn ich habe eine Fortune 3 efficiency 5 äh Picket was das ist ein Zaubertisch nein aber ich habe einen Villager und holz sagst du uns nichts hey weil ihr so vertieft in euer Farben war ich will nicht dass der Villager ist wie stockt kannst du noch mehr holz was seit dem Tag seit die nachdem du es erst mal gefangen hast auf die schlafen gehen seitdem machst du das schon davor habe ich ein Dorf gesucht da habe ich gefunden ich habe ein Leder und Zuckerrohr gefahren die Konkurrenz auch stehe ich verstehe ich habe keine Lust mehr ich höre ich habe Titels an hast du es auch was für ein Ding ich sehe die Sounds sagen wir es mal so wie kann man denn so gay sein das ist schwul hat er dieses Sound Ding anders dass sie waren ich glaube ich war dann lasst du mir es hier auch salter was denn jetzt damit so gut dass man schwul ist das ist schwul hat doch Isaac sogar dir schon erklärt ich habe mir dabei keine Waffe mehr ich einfach nicht mit meiner Spitze das macht ihr mehr damit ja bei mir ist nichts Gold habe mir auch lange nicht Armin wie viele die erst hast du hast du einen Spitzhack vielleicht für mich ja ich sterbe gleich zufällig aber leider hast du eine wie viel hast du zufällig so Prozent danke so ein bisschen zweifelte mit sich selbst so ich mal wiederholfen ausstellen ich habe die alten ausstellen nur aufschlangen ich habe aber ich habe auch immer und wenn das es wird sagen haben wir sind beide verstehen nicht ab der Mann war mehr warte ich hätte ich meinen Namen bist du für dich warte ich gehe gerade im Tens gegen ein Zombie äh ja okay bau du den mal ah warte bau den Oberdehn noch ab so jetzt warte bau ich die zwei Jahre Ober, Oberdehn, Oberdehn ja ich war Gott nur für dir äh... in der Tat hat gerade füllen ich mein Schild geschossen danke mein Crude ok ich hab dir ich brauch noch ein bisschen Cola ab nein wenn du nicht direkt mit dem Schild zum jetzt hast du 16 oder Armin komm mal sag mal sag oder hast du ein bisschen weniger vielleicht hab ich auch so sie nein nein gesammelt doch das Versehen guck mal nach wie hast du? du hast gerade eben 14 einer Armin, wie viel hast du? ich bin noch die Funke ja hier dann kriegst du noch ein 4 vielleicht vorausbauen? ja welche Richtung? ja dann kommt noch weiter gerade auf dich wollen die Lücken welche Höhe sind wir 1,2 der da runter da so weiter gehts nicht reinspringen ah ja alles gut da haben wir das ja jetzt gar mal hergestellt wird sie jetzt wieder in die Seiten Rambusland sind von der Diaz wir haben wahrscheinlich noch mal da kriegst du auch mal mehr als zwei von der Achterquelle warte ich hab Wasser warte klar ist die Hände aber wahrscheinlich die Hände zu sagen du hast die Achterquelle die hast du da hinten ja das sind Diaz ich höre bitte die ganze Quelle ich hoffe es auf diese solche Ansprüche zu stellen wenn du was glücklich wenn du von der Achterquelle überhaupt einen halben bekommst ich bin ich ja ganz gieriger der fernst du wie ein 50 aber warum ist die 50 bei einer Eintrachtwelle du siehst bei jeder Quelle jede Zeit wenn die du findest du ein Dia egal wie groß sie wird die zweite er ist eine gute Bezahlung ja die hat ja auch gesehen er mich geschlagen Digga weil er aber ich gesagt hat dass die ja Quelle man hat er gesagt bitte gemäß die Quelle wenn ich wenn ich vier Stacks habe dann kriegst du vielleicht die Hälfte der Quelle man und so dass man ein bisschen hoch gehen oder äh näher und hier findet man keine Diaz wieviel dir das hast du jetzt nochmal warte so ich schon wir machen so lange weiter bis du 24 Kassen dann gehen wir hoch das war ein Leck ne da war da gibt es noch eine andere Möglichkeit hier zu finden Leute auch sagen wir ja ja ich mir auch gerade aufgefallen was Armin geht es jetzt hoch nein ich schicke er konnte ich verlob ob er checkt sie aus ich schieß es nicht ja ich baue es einfach ich baue einfach mal in die Richtung jetzt einige von da kamen wir ich baue einfach in die Richtung weil da ist es gerade zu verlockend okay schade alle Armin braucht noch acht die das heißt wir müssen 16 von der Richtung von der Richtung kamen ne 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 wir kamen ne wir kamen wir kamen ne 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 noch hab noch schon rot doch mal durch ja war hier oben brauche ich schon nicht auch ja links von uns auch ob er den ausweg findet alle ist direkt glaube ich passiert scheiße habe ich gesehen er brauchst du den siehst du den Zaun wieder nach ich höre weiter er hat sich eine einzige die er gefunden wenn er gerade ausgebaut hat aber nicht in der Richtung nie was gefunden weil er ruhig gerade auskommt die ist mir in der Richtung Floris er kommt von Modul in die Seiten aber nicht einfach jeden Block jede drei Blöcke also zwei Blöcke immer Pause verstehst du es er hat wirklich verstanden verpisst sich du dreckstuch und schuldig lange nicht mehr als ich die Minuten 23 ich bin wie so ein peinlich erinnere ich aber jede paar Minuten ich habe ihn bei dem roten Ding musst du es nicht machen ich bin ich der Meinung dass man die gar nicht finden kann weil das ist auch und das ist auch kein Stein ich habe doch schon lange gesagt dass ich nur wieder gefunden habe warte mal ich hatte gerade ein Vierer Ei Lenni gerade ein bisschen Hacker ey what the fuck ein Vierer was ein Vierer Ei das ist ja echt ultra krass wie Aja was ich habe ein Ei geworfen und vier Hühner kamen raus was ne das geht gar nicht das wollte ich mal dass zwei aus dem Ei kommen können nein es können vier rauskommen Hi Flava ein Zehner Hacker ein Zehner Hacker ja Thias ich will vor sich bei Mojang die Ecke unter welcher Kategorie würden wir von den und sowas unter welcher Kategorie Pornos? Yo, ihr auf! Yoloho.de ein Beispone und die liebste Yoloho.de Loli Entein, Entei, Entei, Entei also, ist es ist da, Reht he he, Dock, Rape Prinz, ist da, Reht Public Stepdog und sein Public ne Public finde ich echt nice und sowas sollen sich die Kinder von Youtube angucken Arne wir sind immer noch in den Scheiß-Montenbüro. Geist Armin an tötet ihn. Ähm, im Porno ist übrigens, was war das noch mal, Kinder? Äh, äh, äther-after-Film. Sex auf Video. Ja krass, räh, da kommt sowas. Yeah. Würde ich niemals machen. Nö, ich auch nicht. Mich auch nicht. Und ihr werdet das auch niemals machen. Das kannst du noch mal sowas machen. Und Lenny auch vor allem nicht mit Julia. Ja. Dein Größte-Ton wahrscheinlich auch. Du bist auf einmal so frech geworden. Ja, wie soll ich jetzt das Video schicken? Ja, mag ich. Mich mal deine Seele verwaltet. Oh, heißt das, was ich jetzt? Ich habe es immer noch nicht gesagt. Nee, ich höre. Ich glaube, ich könnte sie fragen, Digger, und sie wird sagen, ja, du hast es gesagt. Ja, weil es richtig ist. Auch ich zu der Irrseelen verwandelt bist. Was? Er gibt jetzt immer noch Klemmi. Das hat wenig wahrscheinlich geträumt. Meine Dierspiegel ist übrigens nicht mehr farbig. Wo bist du jetzt? Wir gehen das nach oben. Ja, ich... Es blei und hadelt das Sehhaltbarkeit. Ja, der Typ weiß ja wirklich alles über Minecraft. Das hast du ja auch. 60. Aua, du darfst mich nicht mehr schlagen. Ich bin fast Toto Arschloch. Wenn mir jetzt würde es dann gehört. Das ist echt neuer. Ey, ey. Das wollte ich auch. Sichtbar, unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Was machst du denn? F3 und H. F3 und H. F3 und H. Wie bist du denn außersehen darauf gekommen? Nein, wir haben es gerade gesagt. Mann, du sollst mich nicht töten, du dummer Wichser. Ja, ich bin nur bis, wir gehen jetzt hier raus. Fischleisch, weil ich nicht mehr habe. Dann schlag ihn doch, erheb ich dir. Wo bist du? Aber als Pazifist, ich bin am Anfang, äh, wo wir in die Hölle gegangen sind. Wo bist du? Ey, Armin, wenn du mich einmal, jetzt atmen, wenn du mich einmal schlägt, bin ich tot, ne? Was ich auch gar kein Verschlag. Ja, mach ich jetzt überhaupt mit in die Hölle, komm mir ja. Ah, nee, ich bin ja einer anderen. Daher von der Hölle wieder hochkönnt, oder? Fischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischleischle leiten ihren mal an den gießen nach oben wie er braucht es wird schon mal wieder hoch gehen nach einer der quelle die folge ist auch gleich für weiter haben wir vier drei meinen folgen glaube ich mein melden aber lieber 10 alles kann noch mal sagt es kann noch ein paar special jetzt kommt ja es auf kopf prädikt aber wir sind ja noch mal ein anderer überlegen kommt man muss die große erhalte sie aber auch nach oben weg geht aber man muss ich auch mit denen in der gießen in der märkte wieder eine dritte du machst das war noch das so ein scheißen adg hat er schon das bot an den wir rauskommen kommen an den du schaffst das auf recht ist das geländige und gleich um die eck ist das geld hier links alter ist überwunden aber das hält das ist ja vor allem vor allem ein schädelter drinnen aber er hat mir geholfen an den so ein dummkopf ich glaube wir sind am starten oder ich habe den spot hier ziemlich gut tatsächlich aber ich habe mich mit zusammen tun die gar nicht einfach mein gold ja ich mache gerne zusammen was bauen wir zusammen ich gebe dir mal schön okay aber ich bin echt scheiße und allein dein haus schon besser aus alles was ist wir könnten klein und versteckte geheimen ging und jetzt wie so ein kleines ich weiß ja auch wenn man muss ja auch ein Nachbar von Lenny weil noch kurz alle alle leise wollen wir zusammen irgendwie mal jetzt einmal alle leise will was wir waren zu hause keine Villa wenn wir mit mir müssen müssen wir alle waren in der Nähe bauen ja ich habe schon gesagt alle muss in der Nähe bauen ich werde in die richtung wird das nicht mehr so schön ja wir brauchen am besten die dörren oder doch die merke hier gehen eigentlich oder warum willst du denn zu uns wissen wir suchen erlaubt man sich die welt suchen hier kannst du noch ein baumhaus bauen und ich habe sex ich dachte gerade was sind das für ein hässliches viel erst mal essen suchen ja ja da kann ich schon mal ein bisschen für dein haus für dein haus wenn ich baum ein haus aus tt und über spaß mir arbeit einfach ja stimmen meint er gar nicht macht die kisten auch aus tt dann verstecke ich mich so in meinem haus wie hast du denn so wenig krüven haben springen die genutze ich auch wie weit geht die schlucht hier runter aus der oberwelt schwarze wolle platziert ja ja ich der erwerber rechnen kann man hat ja muss man an der armee an der schenke vorhanden wird so was machen muss muss man werden dann das so einfach auf dem Boden um aus mit der spitze die erne ab und da war sagt man zu werfen du musst scheußen lassen so ist die Welt um ein Thema Steuerung Kuh Steuerung Kuh nicht im Inventar dann wirst du das ganze Stack weg ja da will ich nicht hä du doch du wick du ziehst du doch immer oben raus dann kannst du aber Steuerung machen ich habe euch mal so geworben was nicht schlecht boh was hast du denn wenn du auch rot ja dein Inventar ist voll dein Inventar ist voll wenn wir jetzt noch mehr finden würden was angeht wäre das hier ein Geil in Osport ich fand den das Wasser da vorne Armin Drücksteuerung Kuh Steuerung und Kuh dann wirst du alle 10 raus du willst du mal Steuern und Kuh bitte bei 10 Diorit Steuerung Kuh Kuh Steuern hey wie hat der das gemacht was der Kuh gedrückt gehalten Armin Drücksteuerung Kuh gedrückt halten ja aber Armin Drücksteuerung Kuh und Zigeuner ja also er hält Steuern gedrückt und nix ey da ist ein Wolf warte mal warte mal Lenni warte mal Lenni komm mal ja ich hab äh viel Knochen ich ne ich hab die weg geschmissen ja ich weiß bei uns ist ein Auspaus für uns ein Auspaus für den Pillager das heißt für uns auch ein Dorf in der Nähe bauen und den Sport also wir schreiben uns den auf jeden Fall auf ich hab zwei Hunde ja und wir haben einen Auspaus für den Dorf nebenbei sein so ist der Auspaus keine Ahnung davon erlaufen direkt vor uns ah wie man den mit dem Ball äh kriegen wir nicht dann komischen Effekte wenn wir den Dorf lauft ja dann wird ein Raid getriggert den machen wir kurz können wir den machen ja natürlich ich hab's in der Stufe 1 so ich hab jetzt oben jetzt suchen wir das Dorf das muss ja irgendwo nun ich hab's ja genau ich hab's 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 äh Lauf mal lieber ein bisschen West äh Südwest so leichte Stöne Leute ja ja ich hab's ein paar Maln sagen dass er mich schon Ein coolen Stack rauswerfen kann ja das ist ja davon kannst du mit Stack rauswerfen wo bist du hin ich hab's nehm' fünf feine Fleisch und den Rest kannst du haben hast du woäß äh so wir müssten vielleicht erstmal Laufhaus finden ich hab dir da noch gedroppt das Rohres in welchem Umkreis ja du hast weiß ich nicht glaube so 200 blöcken oder 200 blöcke ich habe da vorne den autos oder irgend so was dann denn noch zwei steaks mit und dann nehme ich den oben ich habe irgendwie so so ein pfeil ist aber noch mit dem goldenblock er noch zwei steaks meinst du ah ne ich hab'n ich hab'n portal ding was hast du weißt du ich hab' so'n portal ding jala let's go wir gehen jetzt einfach ein bisschen in die richtung aber wir haben ja nicht nur einen Aufbruch gefunden also wir haben einen Aufbruch das muss doch wo es sein äh ich hab' ne gold ich hab' ne äh goldener hole mit Zwicktouch ich bin jetzt gar ein bisschen zu langsam ich warte mal auf ihn tötet die Schweine was war ich hier den hab' ich dir grad so viel Essen geben und dann hab'n wir weitergelaufen komm mit ich finde hier kein Dorf manche immer spenden auch hier ist ein Hühnchen das ist immer auch mit was wollen wir wieder zusammenlaufen hier ist ja noch mal ein Hühnchen ich lauf' gerade das ist ja noch ein bisschen Flash ich bin mir immer ein das Dörfer nur auf einer geraden sein kann Alter Armin verlebt mich immer fast ja jetzt soll ich nur okay so Herr Bar immer alles töten die alle Schafe alle Schweine die du siehst so weil ich stelle an meine Ränder Distanz höher das ist einfach kein Lektor ich hab' dir auf 8 Chance die werden jetzt auch auf 16 aber man kann ich nicht ganz einsammeln ah viel besser da ist noch eine Kuh oh Zuckerrohr sehr wichtig Digga ich glaube ich bin zu weit weg mittlerweile ja ich seh'n oder ich sammle es Leder ein ja ich hab' den Armin nicht spammen Armin schlafen in die Luft Armin schlafen in die Luft Armin schlafen in die Luft siehst du dieses Schwert das sich auflegt wenn du schlägst darfst nur schlagen wenn es voll ist unter deinem Fadenkreuz das ist dieses weiße Ding ja er hat's doch schon verstanden aber das ist gelettet pass auf genau es schlagen wir uns voll los und jetzt hast du oder oder jetzt am nächsten uns vorguss was in der Spitzsacke ja hier kannst wasser haben sparen mache ich das wasser weg hier hast keins ich hab' den Dorf gefunden was soll ich zu dir kommen welcher Inventator aber ich sag' die groben Koordinaten minus 650 minus 1900 ich wollte beim Dorf bauen nein aber halt erstmal wieviel ist zweite Zeit die zweite die dritte du nimmst die Rami sammel mal minus 650 minus 1100 900 äh könnt ihr kurz liefen oder schlafen bitte nein ich seite auch nur alle draußen bitte ja der Rage wurde kracht getriggert von hier fliegen na natürlich dann lief man schnell oder schlafen warum sollten wir ihr alle an der Oberfläche seid die gerade ein Rage getriggert haben aber ich hab' den noch zusätzlichen monster nicht so geil ist und ich auch brauche ich bin gelieft komm mach bitte ich hab' den Bock ich hab' den Bock ich hab' auch keinen Bock auf Dingswitz auf was ey wär's einfach gelieft wär's jetzt schon fertig lief' jetzt einfach da lächst du einfach los ey oh das ist unessigen Mark das ist kein unessigen Mark äh äh warum erwähnst du dich jedes Mal hm 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 ich bin drauf Rokko Rokko 36 Minuten Tschüss meine äh wie heißt die nochmal äh Schokoharsen Rokko wiegt dann tschüss und fegt euch ha 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 ha